Tom und Anna sind beide Tontechniker mit Berufserfahrung und wollen die Werkzeuge der digitalen Tontechnik noch besser verstehen und kreativ einsetzen. Deshalb besuchen Sie den Advanced-Kurs Tontechnik der Tonmeisterei. In diesem zweitägigen Seminar für Fortgeschrittene werden Ihnen unter anderem die Features eines modernen Mischpultes und des PA-Systems im Detail erklärt. Um die unterschiedlichen Schallquellen und deren Pegel für die verschiedenen Bereiche der PA, des Recordings oder Streamings in den Griff zu bekommen, lernen Anna und Tom, wie Ihnen die vielen Subgruppen und Matrizen des Mischpultes dabei helfen können. Sie freuen sich schon darauf, die neuen Kenntnisse über Dynamikwerkzeuge, Tricks zu EQs und Tiefenstaffelung, Effekte und Buzzarrays auf dem nächsten Job umsetzen zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017